Da ist das fette Kind, guck mal, hier ist es. Ein Hörner, krass, ich habe eins gekillt. My little pony, my little pony. Scheiße, der Ball. Wie fett der ist. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer Runde Fett-Kid-Beta. Hier ist wohl einer ein fettes Kind. Und das fette Kind muss scheinbar irgendwie, ich weiß auch nicht, umgebracht werden, ich weiß es nicht. Das Server ist auf jeden Fall sauvoll. Hört euch das an. Ich glaube, die Bälle sind tödlich, krass, guck mal. Ich gehe jetzt mal den Leuten hinterher, ich will jetzt mal sehen, was die da machen. Also scheinbar ist es hier vielleicht so eine Art Parcours, den man ablaufen muss. Schaut euch das hier an, krass, was ist hier los? Da ist das fette Kind, guck mal, hier ist es. Oh, wie süß und fett das ist. Der schießt irgendwie voll, ich glaube, die können unsere Leute, die können uns kaputt schießen, ne? Ich weiß nicht, ob wir irgendwie helfen können, ich glaube nicht. Ne, können wir nicht. Ich nehme an, es ist so etwas wie, ähm, Zombie. Also man ist am Anfang eine Gruppe aus unfetten Menschen und dann spawnt ein fettes Kind. Und dieses fette Kind muss einen fangen oder anfetteln, oder wie das hier auch immer heißen mag. Der Maid versucht da rein zu gehen. Okay. Gut, 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 ich bin auch drin, ich bin auch drin. Was habe ich jetzt hier von? Nix. Doch, warte mal, warte mal. Ja. Nein, er hat mich gesehen, scheiße. Die da unten steht es ja. You're a skeleton. You're fast, but I easily. Use your speed to run down and kill the skinny kids. Haha. Das ist sehr cool. Wir sollen tatsächlich auch die dünnen Kinder töten. Ja, die fetten Kinder sind hier die, die an der Macht sind. Scheinbar haben wir hier einen Vorteil, wenn wir... Nein. Oh Gott, 45 live. Wenn wir hier lang gehen, haben wir wohl einen kleinen Vorteil. Nicht, der sieht mich nicht. Ja, ja, ja. Okay. Ich werde gerade regeneriert, passt auf. Ich könnte jetzt bestimmt gleich da runter gehen und die leider kaputt ficke, wenn die unter mir noch stehen. Schau mal kurz. Ich sehe keinen, super geil. Komm. Nein. Was? Ähm, er kommt hier lang gelaufen. Der kommt da lang gelaufen, fickt uns, ne? Ich gehe hoch. Scheiße, der Ball. Wir haben einfach einen Ball umgebracht. Guck mal da vorne, das ist das fette Kind, da ist das fette Kind. Sehr gut, das müssen wir unterstützen. Komm, Fettmann. Go, 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 go. Round over, Skinny Kids 1, Jessica Cantos is the new fat kid, okay? Sind wir jetzt alle dünne? Wir können es abschmeißen mit Bällen, das fette Schweinekind. Ja, ich will auch einen Ball haben. Hallo, kann ich einen Ball haben? Ja, stirbt, Fettschwein. Und die eben so, no, no. Was geht hier ab? Ach so, Jungs und Mädels, da wollen die, die Grabes. Macht uns scheiße auf, bevor das fette Kind kommt. Jungs, wenn das fette Kind kommt. Ich habe Angst, bitte, macht die scheiße auf hier. Das fette Kind, das fette Kind. Ja, wir haben es geschafft. Schnell Waffen, Waffen, Waffen. Gut, Pistolen, Pistolen, okay. Okay, hallo, kriege ich auch eine? Okay, ich habe auch eine. Hoppala, ich habe jemanden angeschossen. Shit. Stirb, du scheiß Wand. Ich weiß nicht, wo das fette Kind ist. Ich glaube, es ist da unten irgendwo. Wir schauen mal kurz. Oh Gott, die Metzeln da schon voll rum. Das sind schon Skeletons. Skeletons sind da schon. Oh Gott, sind die schnell, fuck. Ich verpisse mich, ich habe keinen Bock jetzt schon zu verrecken. Ich will jetzt genau sehen, was hier passiert, wie man hier... Oh, wir haben gewonnen. Okay. Es ist jemand anderes wieder, das fette Kind. Ja, lasst es uns abschmeißen. Komm schon, ich will auch einen Ball haben. Ich will dieses fette Schwabelschwein abwerfen. Vielleicht hat sich jemanden gekillt. Okay, ich habe einen Ball, ich habe einen Ball. Ich habe ihn weggeworfen, fuck. Oh, ey, es ist schwierig. Guck mal, der ist jetzt direkt hinter uns. Und dann hat die Leute gefuttert schon, der fette Sack. Da kommt er schon. Nein, 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 schnell. Ja, schnell, 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 fuck. Ich sehe nichts. Aber die schießen auf den Fetten, na klar. Wie fett der ist, guck mal. Was sind das für Viecher? Ein Hörner, krass, die haben eins gekillt. Das ist so geil. Ich gehe zu hoch, ich will sehen, was da oben abgeht. Was am Schluss abgeht, ja. An der Schose. Geht zur Seite, Jungs, ich muss mir das angucken, weg. Ein Pony, ein Pony, Pony, fuck, fuck, fuck. Oh mein Gott, es war ein Pony. Okay, ich schmeiß einen Smoke oder irgendwas. Keine Ahnung was. Oh, ist doch eine Granate, eine richtige Granate. Fuck, die Pony kommen, nein. Wir sind jetzt zurück. Oh, ist das dunkel, shit. Okay, das geht. Hopp, 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 hopp. Scheiße. Die kommen gleich hinter uns. Go, 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 go. Fuck, da sind sie. Die Mates killen schon alles, die Mates killen schon. Die Pony, fuck, 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 fuck. Hopp, mal die Scheiße auf jetzt. Ich bin tot. Nein, ich fass es nicht. Ich bin ein scheißverschissener Zombie. Oder halt jetzt ein Pferd, meine Ponypferd. Supergeil, Mann. Scheiße. Diese gefährlichen Bälle, die sind wirklich gefährlich. Die sind brandgefährlich. Was machst du hier? Dude. Oh mein Gott, es ist blutet. Aber wisst ihr was? Man muss gar nicht rumlaufen. Ich glaube, man muss einfach sich direkt die Leute holen, die am Ding rumhauen. Es sind fast gar keine mehr übrig, oder? Zwei noch. Die können es nicht mehr schaffen. Wir haben gewonnen. Fat Kids Won. The fucking Fat Kids Won, dude. Eine Runde noch und dann muss ich aber echt ab jetzt nicht. Guck mal, wir sind jetzt alle schwarz. Autistic. The Fat Autistic Child. Aber ich will jetzt einmal ganz vorne mit dabei sein. Verdammte Scheiße. Geil, ich stehe hier oben. Sehr gut. Ich kriege mich kein Schwein. Ich hau einfach in die Leute rein. Da kommen schon Ponys. Okay, Jungs. Ihr macht weiter. Ich kümmere mich um die Ponys. Brauchen wir ein paar Kills hier. Jawohl. Easy in Kill gemacht. Sehr gut, Jungs. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich nehme mir hier auch einen Revolver. Sehr gut, ich bin oben. Die Ponys. Fuck. Wo hat er den Raketenwerfer her? Jessica. Der Jessica. Das ist so krass, Mann. Es ist schon so brutal spät, ne? Es ist gleich fünf oder sowas. Meine Freundin schläft schon seit bald zwölf Stunden. Ich muss jetzt endlich hier was machen. Ich habe zu ihr gesagt, hey. Oh, ich stelle meine Stimme verreckt gerade. Nein. Man, ich war gerade am Trinken, ihr Wichsbeutel. Ähm, ich habe zu ihr gesagt, ich nehme heute Nacht was auf, dann bin ich am Tag, also sonntags dann komplett frei für dich. Weil wir hier halt auch wie immer einiges zu tun haben. Immer wenn ich dann Semesterfeind hab, renovieren wir hier weiter. Und ja, da ist es halt scheiße, wenn ich dann den ganzen Tag hier am Ding hocke und irgendwas aufnehme. Und deswegen mache ich es jetzt nachts. Ich habe jetzt mit Wallin bestimmt fünf Stunden gelabert. Und jetzt habe ich endlich angefangen, was aufzunehmen. Komm, letzte Runde noch. Scheiße, der Hund drauf. Ich nehme den Ball mit. Ich nehme den Ball mit. Ja, und deswegen mache ich es jetzt geschwind fertig. Ich nehme jetzt schon 16 Minuten auf. Ich denke, da kann ich schon easy in fünf Minuten wieder draus schnibbeln. Jawohl, jawohl. Komm, einmal noch, einmal noch schön weit. Komm, wir können jetzt hier einfach draufholzen auf die Viecher. Scheiß Bolle. Wir sind ultra weit. So weit war ich noch nie. Fress meine Granaten, ihr Bitches. Ich kann jetzt ja endlich wieder vorarbeiten. Also jetzt halt gerade nicht. Ihr wisst ja, ich habe seit Donnerstag bzw. Freitag ja dann jetzt frei. Aber da kam natürlich meine Freundin. Da kann ich mich da nicht hinhocken und einfach mal den ganzen Tag aufnehmen. Da bin ich tagsüber beschäftigt. Und abends muss ich dann hier aufholen. Oh, da ist der Fetty. Da ist der Fetty schon. Scheiße, scheiße, scheiße. Wenn wir den killen, dann haben wir gewonnen, ne? Soweit ich das, äh, verstehe hier. Wenn ich das richtig verstehe. Was haben wir jetzt hier, hier? Was haben wir da erreicht? Okay. Öh, man fällt hier einfach wieder runter. Wie scheiße sind das? Oh Gott. Wisst ihr, wie tief ich jetzt gerade bin? Ich werde gefickt gleich, wenn irgendwas kommt. Wenn das fette Kind hier oben steht, bin ich tot. Ich versuche Granaten hinter uns zu verteilen. True, true. Da ist es, da ist es. Gleich ist es down, gleich ist es down. Gut, noch keine Ponys am Start. Fuck, oh fuck, oh fuck, ich bin gestuck. Nein. Guck mal. Scheiße. Naja. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für eure Unterstützung mit den Daumen und allem drum und dran. Dankeschön, dankeschön. Ich hole mich jetzt mal ins Nächte. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.